Ja, herzlich willkommen zu Itza. Die ist ins Mittelalter. Äh, ja. Wir müssen jetzt irgendwie Geld verdienen, damit wir unsere tägliche Gerste holen können. Wir müssen das jetzt so machen, leider. Hm, ja. Oh, ja. So. Wir müssen unsere Flechten erfüllen. Damit hier keine schlechte Laune aufkommt. ... ... Alter, die nervte ja gar nicht... Nichts kaufen. Ja, ich habe jetzt Probleme, weil wir Questrückstand sind und das zieht die Laune runter. Erheblich. Noch ein bisschen rumsegeln, vielleicht verkaufen wir da was. Ja, ja, das dauert alles. Level 2 sind wir jetzt. Was? Ich werde verhaftet, weil ich in der Quest nicht vorankomme? Wow. Das ist aber echt lächerlich. Mein bestes, ja. Ich brauche nichts dafür, wenn ich mich ein bisschen dumm angestellt habe. Dann ist es weg und kannst nichts machen. Es ist wie es ist. Ach, scheiße. Ich brauche jetzt mal Tee trinken. Und wieder die Grüße. Tee. 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 Denken wir mal da hin. Vielleicht wollen die ja das haben, was ich hab. Nein, wollen sie nicht. Eigentlich hab ich ja das gekauft, was gefragt ist. Nicht alles, aber einiges. Komm schon. Scheiße, mir geht's so kacke. Ich hätte die Quest neu starten, aber ich glaub, ich... äh, ich glaub, das geht nicht. Nö. Komm mir halt einfach nicht voran. Und diese Hühnernerven. Okay, auch noch schlechte Laune, weil ich meine Tagesdinger nicht hinkrieg. Geil. Ah, das stört mich. Kann ich hier die Quest abbrechen? Quest beenden. Ja, bitte. Ja, dann bist du halt wütend. Aber ich kann nichts machen. Bauernaufstand. Schwichtigen. Ja, okay. Äh, die Nachricht, die Clementine, die, äh, von Graf Bankratz sehr groß erhalten hatte, war kurz. Wir müssen reden. Wir müssen reden. Bauernproblem. Ah, der Pent Guard. Ja, warum sie eigentlich nicht? Sorry. Ach, der Pent Guard. Ja, ich muss gucken, ob sie das auch isst. Ah, sie hat's nämlich nicht gegessen. Gut, dass ich noch da war. Aufgepasst hab. Dann fragen wir doch mal. Geht ne ganz schreckliche Nase. Die Bauern revoltieren wieder. Löse das Problem. Dann werde ich dich reich belohnen. Und Clementine, sieh zu, dass alles friedlich bleibt. Ich möchte dieses Mal kein Blut vergießen. Okay. Dann gehen wir mal zum Stadtplatz. Was geht hier ab? Zuerst muss ich herausfinden, wer an dieser Revion beteiligt ist. Ich werde ein paar Krete-Fragen stellen. Krete-Fragen. Ich habe wirklich die Nase voll von dem ewigen Spektakel. Ja, hab ich. Ich habe genug davon, so hart für so wenig Geld zu arbeiten. Ich wollte mich nicht sagen, oder was? Einige von uns haben genug vom Graf Pankratz, der Große. Der hat denn überhaupt den König gewählt. Die Bauerns sind ganz eindeutig zu unwissend, um ganz allein auf die Idee mit der Revolte gekommen zu sein. Ich muss herausfinden, wer ihnen diese Flaus in den Kopf gesetzt hat. Das erkläre man sich nicht nach dem Anführer der Bauern suchen. Diesen einfachen Bauern sollte man ganz leicht folgen können. Ich werde mich mit einem dieser Bauern anfolgen und werde den rauskitzeln. Wir folgen denen mal. Wenn ich warte, müsste ich den Hellung, äh, in den Anführer fahren können. Jetzt gehen die alle nicht rein, aber was? Aha, das muss jetzt ein Zeit für ein kleines Blech sein. Und übrigens, ich habe gehört, du führst diesen Haufen an. Und übrigens, ich habe ein kleines Blech sein. Gedicht aufsagen. Ich weiß, das macht keinen Sinn, aber... Äh... So, noch ein bisschen... Äh... Inspiration. Liebe und Essen und Trinken gibt's hier nur... Ja, gut. Schinken alle schon. Ekelhaft. Grüezi. Und ich will ihm das Geld geben. Tada! Danke, ich treffe mich mit den anderen, um über deine Spende zu reden. Wir werden dich morgen früh kontaktieren, um ihm zu teilen, wie wir uns entschieden haben. Okay. Noch ein paar Bilder hier. Okay. Oh, jetzt gehen wir pennen. Ist da jemand in meinen Topf gepinkelt? Das will ich nicht gesehen haben. Die betrinkt sich da voll, ne? Die ist doch hier Angestellte. Da wären Bedienungen. Die betrinkt sich die ganze Zeit. Dann arbeitet die betrunken. Sorry. Bin gegen mein Mikro gekommen. Zucko! Sie haben wir so gut. Oh, liebe, schon wieder. Oh, liebe, schon wieder. Grüezi. Grüezi. So, wann ist denn das jetzt soweit? Warten, warten, ich muss bis 8 Uhr warten. Super! Nie wieder Techt und Mächte. Sorry. Sorry. Ah, das gekitzelt. Der mag's nicht, also sie mag's nicht in einer Menge zu stehen. Wegen mickrig. Und schnell betrunken. Achso, ne, wegen einsam. Achso. Achso. Ich hab Zeit herauszuwinden, wofür sich die Bauern entschieden haben. Oh, sie ist schon betrunken. Achso. Auch wenn wir deinen Beitrag zu schätzen müssen, Clementine, wird das wohl nicht genügen. Wir verlangen das Doppelte, wenn wir die Arbeit wieder aufnehmen sollen. Was soll das denn? Ich weiß auch gar nicht wofür. Äh, fein, ich gebe. Dann können sie wieder an die Arbeit machen. Werden die aber ganz schön gierig. Es ist Zeit, dass ihnen mal jemand Manieren beibringt. Diese unerträglichen Bauern, die sind dazu bestimmt arm zu sein. Aber wie soll ich anfangen? Es war ein friedlicher Tag in der ländlichen Gegend von Starshine. Alles ließ einen gewohnten Gang. Das ist der perfekte erste Teil für mein Stück. Oh, ich hab was Spannendes für die Mitte. Doch dann fiel das gesamte Vieh einen schrecklichen Sturm zum Opfer. Was sollten die widerspenstigen Bauern tun? Sie hatten ihre Notrationen an Nahrungsmittel bereits aufgebraucht. Sie waren gezwungen, Frösche zu essen. Und sie mussten sich an ihrem Lebensende von Waldtieren ernähren. Haha, damit wird die Botschaft verstanden werden. Und jetzt zum Schluss. Der Wächter war wütend auf die Widerspenstigen Bauern und drohte alle zu vernichten, die auch in Zukunft ihre Grenzen überschritten. Der Entwurf für mein Stück ist ein Meisterwerk. Jetzt schreibe ich schnell alles auf, bevor ich es wieder vergesse. Soll Bauernprobleme bald gelöst sein. Geld und Wächter. Muss mal ein bisschen Inspiration sammeln. Wenn ich ein Krankheit und Vergänglichkeit. Wir haben hier leider keine Kirche, das wird schwer mit Wächter. Essen und Trinken. Liebe. 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 Freunde. ansch using aOW. Ich will gleich zum Arzt gehen. Ich wollte schon mal zum Arzt gehen. Schauen wir denn nur Produkte kaufen? Teilweise behandelt. Okay, sehr schön. Äh. Oh, von allen Inspirationen, gibt mehr Inspirationen. Natur, oh, Natur ist neu. Alles klar. Ah, die Folge geht schon wieder viel zu lange. Dann sag ich mal vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Tschüss.